hallo was machen sachen ja ich will jetzt einfach nur wieder reden ich muss mal was von der seele reden wenn sich das niemand nicht anschauen möchte es ist keiner gezwungen generell ist keiner gezwungen hier auf dem kanal zu sein es wird demnächst auch wieder weitere tutorials geben das ich brauche halt nur ein bisschen länger momentan habe ich auch wieder spaß dran was zu machen oder generell videos zu machen nur ist das halt gerade alles furchtbar anstrengend für mich generell habe ich das gefühl dass alles so diese ganzen kleinigkeiten halt gerade sehr sehr anstrengend sind für mich ich habe mich da glaube ich in irgendwas hinein gerannt ich weiß nicht ob ich einfach selbst dran schuld bin oder ob ich mich nicht richtig verständigen kann oder ob ich mir einfach viel zu viele gedanken mache was halt durchaus sein kann aber momentan habe ich wieder das gefühl dass ich halt ja dass einiges halt nicht so glatt läuft und das macht mich halt traurig aber auch momentan dadurch dass ich halt mich um andere dinge kümmere die halt um sich gekümmert werden müssen oder ich das gefühl habe sie müssen sich gekümmert hat dass ich halt meine freunde also gefühl ein bisschen vernachlässigt das ist halt echt schade ich wollte mit einigen die ein oder andere sachen machen wir wollten was zusammen spielen ich bin noch nicht dazu gekommen ich habe auch momentan so keinerlei motivation überhaupt großartig überhaupt irgendwas zu spielen was halt ja anstrengender ist aufregender ist schneller ist und ja ich wollte mit einem freund fortnite spielen das momentan ich habe ja ich habe es geschafft runter zu laden aber ich habe auch nicht mehr geschafft wieder spiel an sich anzugucken ich habe das wie es rauskam mal angeschaut das war dann halt auch nicht so was für mich aber wir wollten ja spielen ich wollte so ein bisschen üben dass ich halt nicht komplett verkack aber selbst dazu bin ich nicht gekommen und das ist halt auch ja fühle ich mich halt schlecht oder auch dass ich halt generell mit freunden momentan nichts mehr mache ich habe mich bei mir zuhause eingekerkert und ja mach dies und das und lenke mich halt ja eigentlich selbst ab ja momentan halt damit ich halt videos mache oder kleinere sachen jetzt halt ja oder halt auch größere wie mein spiel aber das ist so eine sache da kann ich ja dran arbeiten wenn ich drin lust habe ich habe jetzt auch öfters anfragen bekommen dass ich mit anderen leuten bei irgendwas zusammenarbeiten kann was eigentlich voll nice ist ich würde ja gern mit jemand irgendwas machen aber vom gefühl habe ich es kommt jemand mit ne idee ich will ein spiel machen will irgendwas machen aber dann bleibt alles an mir hängen und das ist ja nicht die sache die will ich habe ja eigene projekte die ich mache wie gesagt ich mache quatsch für youtube ich mache selbst an meinem spiel weiter ich modelliere den ganzen quark ich werde demnächst vielleicht was animieren für die charaktere ist ja nicht so dass ich halt nichts anderes zu tun habe und dann ja komm lass uns ein spiel machen und ja was will ich machen oder ja nicht so dieses mir setzt uns mal zusammen machen halt irgendwas zusammen sondern ja wir machen jetzt ein spiel gut was machen wir denn du entscheidest momentan ist zwar für sich auch lieb dass mir das so viel freiheit gegeben wird oder so aber momentan brauche ich halt irgendjemanden der halt sagt okay ja wir machen spiel das und das wollen wir machen das und das brauche ich von dir und dass man das halt zusammen macht und nicht so ja wir machen jetzt was und hier du darfst jetzt alles entscheiden ist halt auch nicht so die sache zumal ich bin ja auch im endeffekt bin ich auch games artist und kein game designer sprich ich guck dass ich halt die sachen gut hinkriegt dass ich halt assets erstelle lightning und sonstige geschichten krieger wenn ich das da halt eine geschichte im spiel ich bin halt mehr für optik zuständig oder fühle mich verantwortlich für die optik und nicht für das spiel an sich ich weiß nicht damit bevor bin ich so ein bisschen überfordert ich bin ja bei meinem spiel schon selbst überfordert was ich da eigentlich will ich habe so eine grobe richtung was ich machen möchte was ich versuchen möchte ob ich das hinkriege ist auch eine sache habe ich auch momentan nicht weiter großartig gemacht ich habe jetzt fast alle assets fertig die ich fürs grobe brauche sprich die möbel ich will jetzt mich ein bisschen an die animation setzen aber ich habe halt die letzten wochen die ich eigentlich damit verbringen wollte unter anderem anderen auch an der ae zu basteln für meinen npc und so weiter habe ich halt auch nichts weiter gemacht er kann halt nicht mehr wie er das am anfang des jahres tun konnte es ist jetzt schon fast ein monat ja ich habe mich irgendwie mich komplett in irgendwas verrannt ich weiß auch nicht ich habe auch momentan das gefühl wenn ich mit leuten was mache oder halt auch mit der community also ich habe auf twitch und auf youtube eine community na gut auf youtube die ist doch schon halbwegs tot dass jetzt der ein oder andere mit dem ich mich noch unterhalte dem wenn ich was mache auf twitch momentan auch irgendwie kaum einer da wenn dann habe ich das gefühl eher soll ich für irgendwas ja zu irgendwas überredet werden dass ich mich machen möchte jetzt zum beispiel emotes anbieten für die punkte die man in twitch sammeln kann halt wenn man leute anschaut dass man halt diese diese stream punkte kriegt dass ich dafür emotes anbiete habe ich jetzt ehrlich gesagt fühle ich nicht da habe ich keine lust drauf und da versuch halt ständig darüber reden oder halt irgendwelche sachen die ich halt nicht unbedingt jetzt machen will wo ich auch gesagt hat nee fühle ich jetzt nicht so dann ja aber das wäre doch gut für das und das wäre doch gut für das momentan habe ich eher das gefühl dass mehrere solche sachen einfach nur gesagt werden dass die leute irgendwas von mir wollen aber da halt ja gucken dass sie das möglichst günstig kriegen da ich weiß nicht dass das fühlt sich momentan eher so an wie in der ja wie meinen schulzeiten wo man halt dann unter anderem auch freunde hatte die halt einfach nur mit einem befreundet waren weil sie halt was von einem wollen momentan fühle ich mich dann halt so und weiß halt grad so gar nicht wem ich noch vertrauen kann wer was böses oder wer halt einfach mich ausnutzen möchte oder wer halt echt mein freund ist momentan habe ich ja so ein kleines paranoia also extreme vertrauensprobleme das halt momentan gehe ich immer davon aus bei jeder kleinigkeit dass mir halt immer jemand der mir irgendwie einen vorschlag macht oder irgendwas macht irgendwann irgendwas böses will irgendwas im hinterkopf was ihm dann halt weiter bringt was mir im endeffekt dann halt ja nichts bringt oder mir halt dann doch irgendwas verbaut oder so ich weiß dann momentan habe ich da echt riesige probleme mit wieder irgendjemandem zu vertrauen auch zu hause ist bei uns halt jede menge stress wir haben hier sachen laufen das ist der der schiere waren dann ist das mitten im leben und sonstige geschichten aber großartig was jetzt auch dazu erzählen kann ich ja auch irgendwo nicht oder will ich auch nicht aber es gibt halt nur ärger wenn man privater sachen hier mit reinzieht ich kann über mich erzählen wie es mir geht wie wie ich mich fühle was für eine shitshow manche andere leute bei uns hier abziehen das ist ja ja zumal doch der ein oder andere den ich halt aus privaten kreise kenne die videos anscheinend anschaut oder halt immer mal wieder darüber stolpert und dann kommt halt nicht gut wenn im privaten kreis dann halt ja die hat im video öffentlich erzählt das und das ist passiert ich habe zwar keine namen genannt aber die leute wissen ja dann wenig meine und sonstige geschichte momentan haben wir halt hier eine katastrophe nach der nächsten die leute die trainer mir alle durch aber die wollen sie auch nicht helfen lassen wollen das halt nicht hören ist das echt momentan wissen wir das hat das alles wieder sehr sehr viel ja dann noch die aktion im arbeitsabend ich bin zeit januar also eigentlich hatte wann ist die kühne rauskriegen doch am januar anfang des jahres ist jetzt auch vollkommen egal werden jetzt genau habe ich ja bin ich gekündigt worden oder hab mehr mich mehr oder weniger kündigen lassen von der akku weil ich ja rückenschmerzen hatte und halt dann mir gesagt wurde ja es gibt keine anderen arbeitsplätze dann ich kann aber so nicht weiter arbeiten und sagt dann wenn wenn ich keine andere arbeit findet die halt in der ich nicht heben muss dann wäre es halt cool wenn ihr mich kündigen willst dann mich halt diese drei monatige schweren ich habe dass ich ja dann halt miete zahlen kann was zu essen auf dem tisch habe und so weiter ich kämpfe immer noch mit dem amt das ist immer noch nicht durch ist immer wieder was anderes ich dachte ja endlich habe ich den alles zurückgekriegt die akku hat auch ewig gedauert mit diesen komischen arbeitsbeschein dazu geben wir haben bald monat gebraucht wenn nicht noch länger dass ich halt überhaupt diesen schein kriege dass ich halt das alles abgeben kann und wenn ich halt nicht alles abgegeben habe kriege ich keine kohle ich habe immer noch keine kohle ich mir fehlt jetzt neuer zettel von dem ich halt nicht so wusste dass sie den auch brauchen für einen anderen arbeitgeber den ich vor zwei oder drei jahren hatte das fällt auch noch irgendwie in den kreis damit ich halt man muss ja irgendwie ungefähr ein jahr gearbeitet haben in den letzten drei jahren und dann muss ich halt von meinem anderen arbeitgeber noch eine arbeitsbescheinigung ausfüllen wurde mir halt vorher nicht gesagt den habe ich jetzt letzte woche abgegeben nachdem mir gesagt hat ja warum haben wir den nicht wäre schön mir das hat vorher gesagt jetzt bin ich halt immer noch länger warten habe immer noch die sorge wie kriege ich jetzt halt irgendwie miete zahlt oder so weiter ich habe zwar meine mom die mir aushelfen würde aber wir haben halt auch nicht so mod mäßig das geld dass man das halt auf dauer machen können vielleicht kriegen wir in monaten noch probleme skon aber danach wird es halt auch kritisch einfach nur weil ihr scheiß papier krieg so lange dauert ich hoffe es ist auch echt der letzte zettel es ist halt echt ich brauche ja nur einen der die miete zahlt ich suche ja arbeit ich sehe da so dass ich ja nur dumm rumsitze und halt nichts tue ist halt momentan halt von allen seiten was ich habe jetzt ein paar tipps gekriegt fürs bewerbungsschreiben und mich mal gucken dass ich die umsetzung ist auch wieder so eine sache ich habe ja die werbung so geschrieben wie das arbeitsamt sagt weil ja ich habe selber keine ahnung von die werden wahrscheinlich wissen wovon sie reden dann habe ich halt von jemanden der halt auch doch bisschen mehr anscheinend weiß tipp gekriegt wie man das machen können und die hat halt komplett anders erzählt wie die agentur für arbeit das mal gesagt hat momentan gibt es ja keine kurse und sonstige geschichte wo ich eigentlich ganz froh bin dass man da nicht jeden tag hinfahren muss zumal von was denn ich kriege ja keine kohle ich kann ja nicht mehr mich in den zug setzen und dann halt die städte weiter fahren wo das halt wäre und sprit ist noch teurer ist momentan hat alles nicht so optimal ich hoffe das legt sich bald dass man dann halt in irgendeine richtung irgendwas passiert ja ich wollte mir einfach nur mal ja dann ja ich wollte mir das halt einfach nur mal von der seele reden das tut mir halt einfach gut dass ich halt auch wenn es halt nur ein video so ein großteil der dass ich anschaut vielleicht mich ja gar nicht kennt oder was weiß ich oder halt nur die schnipsel die ich halt tatsächlich online stelle ja dann danke fürs zuhören danke dass ich halt hier einfach wenden durfte oder keine ahnung dass ich mich halt einfach gehört fühle ohne ich hoffe euch geht momentan besser wie mir sagt es halt ja wird nicht ewig so sein ist halt momentan ist halt wieder alles auf einmal weil sachen passieren immer alle gleichzeitig nicht einzeln wird schon irgendwie wieder klappen ein das ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020